Was passiert hier? Wolf! Wie hast du das gemacht? Du bist ein Seelenwanderer. Was du gerade getan hast, nennt man Seelenwanderung. Laut den Legenden der Yanrana gibt es die, die halb im Licht und halb in dieser Welt existieren. Vielleicht sollte dir der Eintritt in die Stadt des Lichts gar nicht verwehrt sein. Wir sollten mehr über dich in Erfahrung bringen. Komm schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Tarif für funk, 2017 Was passiert hier bei den Bruder? Was passiert hier über, und was gesch失 zur Freude? Er bankruptcy. Das ist ein Seelenwanderer. Wenn man siekim, Willkommen bei der Zeit, den Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.